So, ich bearbeite nochmal den Streamtitel, irgendwie kann ich das immer nicht mehr vor dem Stream machen. Ähm, Top Attack Stream 15, oder ne? Ach Quatsch, so war jetzt immer noch lange nicht. Ich guck mal, wo wir waren. Wir waren bei dem Stream 7, heute. Ja, und dann in der 1.16, ne? Beziehungsweise 1.16.1, also da kam schon wieder ne Unterversion. Hauptsache es kommen nochmal 10 Pre-Releases vorher und 3 Release Candidates oder so. Und dann müssen sie direkt nach der 1.16 wieder die 1.16.1 bringen. Äh, verstehe ich nicht mittlerweile. So, ähm, ja. Jedenfalls was streamen wir heute, oder was mache ich so? Ja, erstmal ist die Codierung überlastet, ne? Auf entspannte Art und Weise wahrscheinlich. So, ich hoffe es geht jetzt. Ähm, na, gucken wir mal. Ich brauche auf jeden Fall hier Leder. Hab ich auch neulich schon gefarmt. Ähm, ruhig mal mal Weizen. Da ist es. Das kann weg. Und so viel Holz brauche ich eigentlich auch nicht. Das habe ich glaube alles gefarmt. Sollte also noch frisch sein. So. Da gehen wir mal ja her, ne? Ah, perfekt. 4 Kühe. So. Level 60 gleich. Ja, ich freue mich schon, wenn ich dann endlich den Enchantment Table hab. Ne? Vielleicht kann ich ja bei Street auch mal die Kühe, äh, vermehren. Gucken wir mal. So, da hat ja auch noch ein paar. So, das war glaube ich alles was möglich ist. Ah, ne. Die sind noch möglich. Okay, ja, perfekt. Das haut schon hin. Hm, soll ich das abbauen? Ne, lieber nicht. Ich hab ja eigentlich genug. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier noch? Wird irgendwie Riezel noch weitere Dinger hingetan, ne? Ich kann ja vielleicht hier mal das ein oder andere noch bauen. Habe ich das Holz? Ne, grad nicht. Hm, was hatte ich hier für Holz? Vielleicht kann ich das da außen hin bauen. Ich höre nochmal die Fichten. Na, einmal die. Die. Und wovon habe ich am meisten? Schwarz-Eiche eigentlich immer noch. Mache ich mir hier raus mal Sticks. So, dann gucken wir mal nach Zaun. Oh, ne. Das wechselt immer noch so durch. Ich hasse das so. Warum? Ey. Warte mal. Schwarz-Ei. Schwarz-Eichen-Zaun. Oh, es wechselt immer noch durch. Ich hasse es so. So ein Müll vielleicht. Ey, ich sag's dir. Dass das nicht mal ohne durchwechseln geht. Ey. Das kotzt mich so an. Ich dachte, wir haben das mal gemacht. Das ging doch neulich in einem Snapshot. Jetzt ist es anscheinend wieder nicht mehr so. So, Fichten. Ne, warte mal. Das ist falsch. Das sieht nicht gut aus. Äh. So. Hm. Ja, das ist ja generell blöd mit dem Gras irgendwie. Das gefällt mir nicht. Das kann so nicht bleiben. Ich brauch noch mal normales Holz. Guck mal mal. Wo ist denn jetzt hier mal Eichenholz? Gar nicht, hä? Hab ich das nicht? So, in der Müll. Naja, jedenfalls gibt's heute einen gemischten Stream wieder. Und zwar werde ich danach noch kurz ähm Tropical joinen. Ne. Da mach ich ja keine eigenen Streams. So, ich hol mal mal Eichen. Da hinten sind welche. So, da kloppen wir die mal weg hier. Oh, was zu will denn die Spinde hier? Weg. Gibt's doch nicht. So, der Baum kommt auch weg. So. Ah, hier ist einiges an Eichen. Die wurden anscheinend schon mal gut nachgepflanzt hier. Aber ich hab da ne Idee mit denen. Deswegen baue ich die grad ab. Boah, was ist denn hier los? Weg. Weg. Da werde ich auf jeden Fall gleich noch Setzlinge nachsetzen. Ich hab da, was ist denn hier los? So. 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 Na, ich weiß ja irgendwie rede ich gerade wieder wenig, aber ich denke wieder einiges nach irgendwie. So, dann nehmen wir das noch mit. So, dann das hier. So, ja ich weiß, ich rede gerade heute echt wenig, aber irgendwie bin ich es gerade nicht gewohnt, keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier nochmal ein bisschen nachzupflanzen, dass das wieder wird wie vorher. Ne? Okay. Das hole ich mir nochmal. So. Nehmen wir das hier mal mit. Okay, ja das sollte reichen. Den Rest lasse ich jetzt da despawnen. Na, den kann man noch setzen vielleicht hier. Wenn wir es schon einmal so aufsammeln. Dann ruhig hier lassen. So, aber jetzt weg. Dann kann ich jetzt hier reingehen. Beziehungsweise hier draußen erstmal das setzen. Dann sieht das gut aus. Ich weiß nicht. Ne? Es wäre halt eine Möglichkeit. Ne? Dann würde ich das hier halt ähnlich machen. Dann. Da hin. Dann. Da werfen wir mal die Eier hier rum. Okay, Erde brauche ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr zum aufschütten. Je nachdem. Oh. Ja komm, das können wir eigentlich auch mal zumachen hier. Muss ja hier nicht so ein Hüllraum bleiben. Ja, hier weiß ich jetzt noch nicht wie das läuft. Ah ne, das sollte ja einen höher. Ah shit. Wie viel man hier an Hilfsblöcken platzieren muss schon wieder. Ah, Moment. Das hier passt dann auch nicht so. Das passt eh nicht so irgendwie. Vielleicht so. Dann macht man da einen Zaun. Aber was kommt hier hin? Hm. Sowas? Ne. Das sieht dumm aus. Wie gewollt und nicht gekonnt. Hm. Oder doch so. Nee, das sieht eigentlich auch nicht gut aus. Ich weiß es nicht. ydi? Ich weiß es nicht. Ja. Da... Musik 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 ula Musik Wenn man das dann hier macht, ne, so. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja, ich wollte diesen halt eigentlich nutzen, gleich. Ich weiß es auch nicht, ey. Ja, natürlich geht die kaputt. Kann ja nicht mal irgendwas halten. So. Na, das ist auch blöd, gell. Dann noch eher so. Ja. Ich glaube, so lasse ich das jetzt ganz einfach. Nicht ja allzu kompliziert. Hm, so. Dann hier. Ja, und das muss halt jetzt zuwachsen hier. Ich hoffe, das geht. Okay, dann hier rein. Ist der andere Server schon an? Nee. Hier kommen die rein. Wieso habe ich hier noch Setzlingen? Hm. Wo waren denn denn die Äpfel? Ah, hier. Was machen hier Äpfel eigentlich? Na ja, egal. Boote können weg. Ich gehe mal schlafen. Und dann kann ich gleich nochmal schauen, was ich mache. Hm. Hier ist noch ein Drown. Ah, den will ich eigentlich auch nicht. Ich will jetzt nicht den Drop haben. So. So. Ah ja, die Kühe wollte ich ja pawnen. Das muss ich noch machen. Ah, hier. Moment. Das muss hier passen. Ah, da ist der Server an. Okay, ich wechsle gleich. Erstmal muss ich die Kühe noch formen. Und ich baue hier mal ein bisschen weiter ab, damit das so aussieht, jetzt hätte ich hier weitergebaut. Weil bisher sieht man noch nicht so den Unterschied. Ja, aber ich war ja tatsächlich hier zu Gange. So ist es ja nicht. So, dann. Nochmal schnell Weizen besorgen. Kann ich eigentlich auch nochmal zu Street gehen. oder? Theoretisch. Hm. Wo hatte ich einen Granit? Ah, hier hinten. Gell? Genau. So, dann kommt man her. Haben wir alle? Ja. Sehr gut. Dann rüber. Da kann ich ja nächstes Mal dann direkt weitermachen. Hier, diese komischen Blätter muss ich mal wegmachen. Ohne Witz. So, einfach mal alle anklicken. Zack. Mal sehen, ob die sich züchten lassen, wenn ich das nächste Mal mich einlogge hier, ne? So, Server ist noch eine Minute 36 an, sollte ich schaffen, mit der 1.15.2 und dann gehen wir noch mal kurz auf Tropical. So, naja, da haben wir immerhin immerhin ein bisschen was geschafft, auch wenn ich so ein bisschen gebraucht habe mit der Treppe. Aber ich denke mal, das geht schon, hoffentlich. So, lädt's mal jetzt, ja. Dann mal rein da. Äh, dauert natürlich. Okay. Erstmal klarkommen. Also, hier hängt, glaube ich, Ehrenbruder Kylo. Soweit ich weiß. Das ist noch nicht gewachsen hier. Die Baumfarmen, alter. Naja. Die wollte ich, glaube ich, auch noch erweitern. Und zwar so. Damit das hier nicht direkt runterfällt. Ah, da ist das Schwein. Siehste mal. So, ich war nur mal ganz am Anfang bisher farmen, irgendwie im Projekt. Mehr habe ich nicht geschafft. Ja, geht das so. Eigentlich müsste ich die noch weiter erweitern. Ein Block mehr. Sonst landen ja die Äpfel und so auch dann nur auf den Bäumen. Oder auf den Zäunen, meine ich. So, deswegen hier noch einen weiter. Ich weiß gar nicht, ob Reis nochmal hier war. Ich glaube nicht. Der hat das Projekt auch komplett vergessen. So, sollte gehen. Ja, nachher streame ich dann nochmal Tiny Aura. Da habe ich auch noch einiges vor. Da wollte ich mal was austesten mit den Bienen, ne. Bisschen die 1,15 nutzen. Weil das geht auch gut in Skyblock. Und, ja. So, ich hätte eine Idee. Was ich vielleicht bauen kann. Aber da brauche ich noch ein bisschen Holz. Na, gehen wir mal runter. Solange die Baumform oben noch nicht so gut läuft. Ne. Solange die Baumform oben noch nicht so gut läuft. Ich bin ja froh, dass ich schon so Eisenwerkzeuge mehr leisten kann, einigermaßen. Weil eigentlich habe ich noch gar nicht so viel. Aber wie viel Spielzeit habe ich hier im Projekt eigentlich? Boah, das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo ich mit die wenigste Spielzeit habe. Da hatte ich, glaube ich, in Minecraft Flat auch mehr einiges. Spiel dauert eine Stunde. Oh, lol. Das ist echt nichts. Gell. Weil das Projekt endet in ein paar Tagen. Und ja, deswegen will ich heute eine Folge noch aufnehmen. Die vorletzte wird das schon. So, das war aber jetzt ein Tropending, ja. Ah, die brauche ich ja letztendlich auch. Also ich brauche beide Holzsorten. Deswegen immer her damit. Ist da ein Papagei? Ne, das ist immer noch das Schwein. War schon lustig hier. Diese kleine Dschungelwelt, ne. Warum nicht? War schon lustig hier. Okay, dann gucken wir mal. Auch mit dem nächsten Projekt, wie das wird. Da bin ich auch mal gespannt. Das nächste 30 Tage Projekt. Das wird auch nochmal interessant. Ah, da werde ich wohl auch wieder nicht so viel aktiv sein können. Mal sehen. Da weiß ich ja auch noch nicht, wie wir das mit den Events machen und so. Ne. So. Okay. So, da bin ich schon bei 27 Minuten. Ja, eigentlich würde ich dann hier mal beenden. Ich brauche noch ein Thema für die Folge. Ich hoffe, ich finde da was. Vielleicht rede ich über ein Random-Thema. Zum Beispiel Michael Schumacher. Keine Ahnung. Werden wir noch sehen. Jetzt aber erstmal danke fürs Zusehen. Und das war's. Also, ciao.